Virabhadrasana 2 ist das, was wir bei Yoga Vidya als Virabhadrasana-Grundstellung bezeichnen. Im Ayenga-Yoga und anderen Yoga-Richtungen, die sich von Krishna-Macharya ableiten, ist diese Stellung Virabhadrasana 2. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier gibt die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander. Drehe jetzt den linken Fuß 90 Grad nach links und drehe auch den rechten Fuß 15 bis 45 Grad nach links, also nach innen. Dann strecke die Arme zur Seite aus, sodass eine Hand oberhalb des einen Fußes und die andere oberhalb des anderen Fußes ist und die Arme parallel. Jetzt beuge das linke Knie so weit, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist und haltet aber den Brustkorb in etwa oberhalb des Beckens. Brustkorb zeigt nach vorne, Becken zeigt nach vorne, aber du schaust in der Verlängerung des linken Armes nach links. Diese Stellung stärkt Oberschenkelmuskeln, Gesäßmuskeln, öffnet den Brustkorb und entwickelt die Entschlusskraft, weil sie gar nicht so einfach ist. Nun, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.